Ich wette mit euch, dass ihr fast alle diese Teile hier in eurem Badezimmer stehen habt. Wattestäbchen sind ja auch echt praktisch. Damit könnt ihr zum Beispiel prima die Computertastatur sauber machen oder kleine Fehler beim Nagellackieren ausbessern. Was ihr damit aber lieber nicht machen solltet, ist eure Ohren sauber zu machen, denn das schaffen die Ohren meistens ganz gut alleine, wenn ihr sie lasst. Also nicht hier so drin rumprokeln, sondern lieber darauf verzichten. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie das geht, dass man den Ohren hilft, dass ich alleine sauber machen, dann bekommt ihr hier in diesem Video die Antworten. Ich zeige euch, wie eure Ohren korrekt gereinigt werden und weshalb Wattestäbchen dabei eher schaden als Nutzen. Durchgeputzt wird euer Ohr vom Ohrenschmalz, also genau dem schmierig klebrigen Zeug, das ihr euch bisher vermutlich immer mit dem Wattestäbchen aus den Ohren herausgeholt habt. Der Ohrenschmalz wird ganz ganz tief im Gehörgang produziert, er hält nicht nur den Gehörgang schön geschmeidig und schützt das Ohr vor Bakterien und Pilzen, sondern schiebt auch Schmutz, Staub und abgestorbene Hautzellen Richtung Ohrmuschel, also hier raus, aus dem Ausgang raus. Und jedes Mal, wenn ihr den Unterkiefer beim Kauen oder Sprechen bewegt, so wie ich jetzt, dann wird der Dreck ein kleines Stückchen Richtung Ausgang abtransportiert. Den in der Ohrmuschel gelandeten Ohrenschmalz könnt ihr völlig gefahrlos entfernen, zum Beispiel mit so einem weichen Kosmetiktuch nach dem Duschen, wenn alles noch so ein bisschen feucht ist, geht man einmal durch, guckt und sagt, hohoho, ja, total erfolgreich. Also der Schmalz kommt schon irgendwann raus und dann kann man ihn auch wegnehmen. Mit Wattepad, mit Waschlappen, ist mir völlig egal. Wenn man jetzt nicht geduscht hat und es sitzt ein bisschen fester, dann nimmt man halt den Waschlappen und macht den so ein bisschen sauber, ja, und kann das dann auch ganz wunderbar alles sozusagen abtragen oder abwischen. Jetzt schauen wir uns mal an, was passieren kann, wenn ihr mit Wattestäbchen an eure Ohren geht. Die meisten Menschen belassen es ja nicht dabei, nur die Ohrmuschel sauber zu machen, dafür ist es super, dass man überall so in diese Kanten reinkommt. Nein, das Ohr soll ja richtig sauber werden und deswegen geht es mit den Wattestäbchen ganz, ganz weit nach innen, bis kurz vor Großhirn, also eigentlich viel zu weit. Mal abgesehen davon, dass sich Menschen dabei immer wieder die Haut im Gehörgang oder sogar das Trommelfeld verletzen, wird das Ohr alles andere als sauber. Das muss man noch mal kurz erklären. Also, wenn ich jetzt hier reinschiebe und zu weit und dann hier, da ist das Trommelfeld, das tut auch weh und das kann auch wirklich zu Verletzungen führen, insbesondere dann, wenn das Wattestäbchen so weit drin ist, das Telefon klingelt, habe ich alles schon gesehen und dann, hallo, zack, sehr schmerzhaft. Also, mit dem Wattestäbchen, was ihr da auch macht, ist nicht nur die Verletzung verursachen, sondern man schiebt das, was sich eigentlich nach draußen arbeiten will, schiebt man wie mit so einem Schneeschieber alles wieder zurück in die Tiefen des Gehörgangs und verdichtet es schön. Also, wirklich wie so eine Kanone, die man schön vollstopft, damit alles schön kompakt ist. Habt ihr Pech, kann sich daraus irgendwann ein Propf entwickeln. Der dichtet den Gehörgang wunderbar ab, also wie beim Schwimmen, wenn man so Silikonsachen sich ins Ohr stopft oder wenn man nachts schlafen will, so Gehörschutz. Und das ist wirklich unangenehm. Merken tut ihr das zum Beispiel, wenn ihr auf einmal schlecht hört oder so ein Druckgefühl in den Ohren habt. Das kann tatsächlich vom Pfropf kommen. Kann passieren, ist kein Drama. Die Hals-Nasen-Ohren-Ärztin oder der Hals-Nasen-Ohren-Ärzt entfernt euch den Pfropf schnell und auch meistens schmerzfrei. Entweder holt ihr ihn mit so einem winzigen Häkchen wieder raus oder er oder sie spült vorsichtig warmes Wasser durch das Ohr, was dann den Pfropf auflösen kann. Die dritte Möglichkeit ist ansaugen mit so einem kleinen dünnen Schlauch. Auch das kann den Pfropf wunderbar entfernen. Wie gesagt, das tut nicht weh, sondern kitzelt höchstens ein bisschen und die Kosten für die Unreinigung beim Arzt oder bei der Ärztin übernimmt in der Regel die Krankenkasse. Es gibt also wirklich keinen Grund, das selber in die Hand zu nehmen. Also versucht bitte nicht auf gar keinen Fall mit einem Wattestäbchen den Pfropf rauszuholen, denn das ist ja tatsächlich sozusagen die Ursache des ganzen Übels. Damit macht man es alles nur noch viel schlimmer und auch mit Haushaltsmitteln wie mit einer Büroklammer, die man dann so aufbiegt und dann versucht da irgendwie drin rumzupiksen oder mit einem Bleistift im Ohr rumdödeln. Das wäre eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Erstens könnt ihr nicht sehen, was da abgeht. Ihr wisst überhaupt nicht so richtig, was ihr da macht und da ihr auch nicht selber in die Ohren schauen könnt. Also das kann wirklich, wirklich in die Hose gehen. Deswegen lieber gleich ab in die Praxis eures Vertrauens. Ja. 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 Ja.